Seit 2008 ist die Wirtschaft weltweit in Schleudern gekommen, aber im Rennen um Österreichs Zukunft schaut es gut aus. Österreich braucht keine neuen Steuern, keine neuen Schulden, sondern Rahmenbedingungen für stabiles Wachstum. Ja Heinz, jetzt auf die Wachstumsbremse zu steigen ist natürlich völliger Schwachsinn. Denn gerade jetzt gilt, geht's der Wirtschaft gut, geht's uns allen gut. Ja, jetzt ist die Wachstumsbremse zu steigen.